In der nächsten Ausgabe der Sendung Kinowetter berichten wir unter anderem über diesen Film. In der Dokumentation immer noch eine unbequeme Wahrheit, unsere Zeit läuft, konfrontiert Al Gore das Publikum erneut mit dem Klimawandel und seinen Folgen. Ja, es ist richtig, die Menschheit zu retten. Und nein, es ist falsch, unsere Erde zu zerstören. Es ist Zeit, den kommenden Generationen eine Zukunft zu geben. Und lasst euch nicht weismachen, wir können immer noch ein Raumschiff nehmen und auf dem Marsch leben. Unsere Heimat ist hier. Kinowetter am Donnerstag um 20.10 Uhr auf S1. Willkommen zu Hause.